Herzlich willkommen wieder zurück bei Mario Kart. Achtet links auf Nintendo Switch mit mir und meinen Abonnenten von Neuer Gampers als Hobby. Hallo? Das war die Woli, nehme ich an. Kann man nicht verstehen? Oh mein Gott. Na endlich. Hat jetzt echt lang gedauert. Klingt zwar wie so ein altes Telefon, aber ganz gut. Äh, ja okay, dann werde ich das mal ändern. Mach das. Wahrscheinlich noch. Ich muss gerade noch die Drehscheiben für Disco. Mach es ab. Laut bist du, aber du klingst halt wie als ob du so einen Eimer sprichst. Ja, genau. Okay. Woli ist immer wieder anders. Entweder Roboter oder jetzt so einen Eimer. Aber. Mann, was soll nett, Mann. Aber viel besser als ich. Das finde ich, ist auch schon wieder Abschluss der Ungerechtigkeit. Schmeet. 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 In der Welt kriege ich immer so wenig Münzen. Hallo. Hallo. Nein, nicht ich. Mein Gott. Ja, ich bin nicht besser. Gibt's ja nicht. Ja, klar. Warum schießen die alle nach hinten? Was haben die Probleme? Boah. Kenu, beruhig dich. Böde Feuerblum, ich bin 10. Erstmal nach hinten schießen. Beruhig dich, Kenu. Nee. Ich hole ihn noch ein. Nein. Stopp. Geil. Was ist los? Gibt's ja nicht viel. Stimmt's. Jetzt, ja, ich hole euch noch. Ja, komm, komm. Aua. Aua. Mann. Ich jetzt auch noch. Komm. Ja, gib. Schön abkürzten. Ne. Hohlo. Geh mal vor. Komm, jetzt bin ich zwölfter. Ja, Alter. Zwölfter? Ja. Oh, scheiße. Lass alles in dem vor. Alle sind an mir vorbeigezogen. Siegen einer Rätsel. Rätsel. Gibt's Stoff, Junge. Komm schon, lass mich, lass mich fünf, lass mich sechster werden. Lass mich, lass mich dritter werden. Nein, warum? Ah, beide hätt ich keine noch gekriegt, ey. Da wutschst du schon. Scheiße. Zum Glück, ey. Scheiße, Hupe. Ah, ja, ja, ja. Ein Gefühlschaos hier in diesem... Aber wirklich. Okay. Jetzt geh ich auf und auf. Schlimm. Boli, willst du nicht mit online kommen? Ja, ich bin online. Dann wird man... Bin ich irgendwie besser, weil... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mache. Mach das... Bist du vielleicht im Bad oder sowas? Nein, ich bin einfach... Ja, so klingt... Klingt halt jetzt, als ob du im Flur stehst. Rechen, ne? Mach nichts. Oh nein! Ich meine, man versteht sie ja. Ja, das ist natürlich. Aber es ist halt... Was ist los, die Nennen? Was passiert? Ich hab mich verdrückt. Meine Lieblingsstrecke ist da und ich hab... Ich hab's für dich gedrückt. Ach man. Ah, Vulkan rollen. Ja, Vulkan rollen ist nicht so toll, ja. Ach komm! Nein! Muss das jetzt? Muss wohl so sein. Brrrr. Stefan, wieso? Na, Mann, ey. Aber ich war vor euch letzte Runde. Das war schon mal... War schon mal... Sehr schön. Das ist... Normale, die Karte. Ich hab's auch schon weiter. Genau. Dann kann ich mir mitmachen. Ja, nehmt mal deine iTunes-Wert. Natürlich. Wenn man letzter ist, bekommt man nie iTunes. Nö. Kannst mal... Mach mal kurz anhalten. Nö. Ich glaub, dein Rückenkrieg ist kaputt. Muss man zuwärtschen. Hab grad Licht zugegeln. Also, so muss ich leider aus dem Verkehr ziehen. So funktioniert das ja nicht, ne. Das ist jetzt nicht für den Straßenverkehrsstaublich, das Auto. Ich bin ein Schwarzfahrer. Ich fahr schwarz. Mit einem schwarzen Schalke. Ja, ja. Fährst schwarze. Ah, ja. Ach, die schummeln doch alle. Hier kann mir keiner... Kann mir keiner verkaufen. Wirklich so die Fahrt. Ja, in der Welt schummeln die meisten irgendwie. Chill zu Tamir. Ach, Mann. So, ich komm dann auch gleich. Ah. Ach, ja. Wenn diese Leute, die hinter einem sind... Jawohl, der Löhr ist mir gefallen. Keine Chance. Jetzt dann... Komm schon. Komm, dann selber runter. Abgeschossen, dann stehe ich am Rand. Dann schubst mich noch einer runter. Das könnte ich kotzen. Ich würde ihm strahlkotzen in dieser Zeit. Genau. Der Meteor ist außer Luft geblieben. Nein, eine Grünschelwaffe. Ah, schade. Nein. Ja. Nein. Es ist noch eine Runde, sie nimmt. Oh, okay. Welche Maps spielten die gerade? Äh, Vulkan-Groll. Ich bin mit deinem Stern. Oh mein Gott. Reicht für mich? Okay, nur ganz. Gottes müssen. Ja. Ich bin zweiter. Ich fang ab wie nur, na Gott. Ja. Oh Gott, hi. Ich fahr hier diese Strecke runter, die äh... Ah, nee. Nicht jetzt irgendwie wieder von der... Na, an... Muss jetzt. Muss jetzt. Muss jetzt. Muss jetzt hier nicht wieder irgendwie von der Seite ankommen. Das geht. Ach ja. Boah. Nein. Hab ich dich noch getroffen? Nein, mal. Fünfter. Zehnter. Ja. Äh, zweiter. Da steigt man in der Laune wieder. Ja, aber wirklich, scheinbar. Huh. Oh ja, da kommt's einem Übel in. Dann kann ich auch mal den Keno besiegen bei meiner Rückfahrt. Joachim. Voll den Müller. Voll den Sinn. Und die Zinne. Guck mal, du hast jetzt, das ist jetzt aber die Chance, eine App zuließen. Ja, aber, wenn ich halt die Spieler bringt's mir auch nix. Das kann natürlich... passieren. Ja. Ist wohl die mit dabei? Ich komm irgendwie nicht hin. Ja, weil zum... Du gehst nochmal. Ich hab nix verstanden. Wie schon. Ich glaubw mir, ne... Und dann... Was für... ja so ist bei dir auch meistens so was bei dir auch genau jetzt bei dir auch kino doch wohl die naht oder dann bei mir ich war bei mir ich bin nicht drin da war sie kurz drin und direkt wieder rausgeflogen jetzt bin ich aber ich kann natürlich kannst du selbst zu gucken weil du bist hier drin hat sich anfeuern das sind zu viele auf einem platz das ist wahnsinn und wer zieht darum das wollen wir jetzt gesagt ich muss kurz weg also halt doch noch mal kurz wie gesagt diese feuer wenn wir mann diese blushell dieses trifft mich immer egal ich habe das nicht oder der löschen ja schon wieder getroffen jetzt sicher nicht vorbei ich zeig es euch hier so weißt du dann zack glitscht man sich in die wand und mann alle auf die youtube natürlich gold der regel ich habe jetzt schon wieder keinen bock mehr aber ein schalke hat hat ihn klasse wir kommen bei mario kart man hat nach zwei runden keinen bock mehr und trotzdem spielt noch weiter und ich bin wieder da ja 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 jetzt komm ich ok wow vierter nein ah fantastisch ok sechster wieder vor euch mann es läuft heute aber ah holpriger anfang also es kann noch viel passieren auf jeden fall stimmt aber äh kannst du bisschen rücksicht nehmen ne auf jeden ja ja auf uns äh was ich kann gar keine rücksicht auf euch nehmen ich kann ja gar nicht mehr mit einwirken ich bin ich bin ich bin die autobahn ist blöd ist langweilig ich mag und schwierig ich hasse die ich immer sowohl die jetzt aber die einzige die voll wenig du haust uns jetzt alle weg du hast ja bisher auch noch fünf spiel da kann man jetzt auch noch nicht so viele punkte auch kommt schon sie hat bestimmt heimlich trainiert ich würde einfach runtergeschubst ja der affe hat mich auch gut geschubst aber ins gras ich habe es gesehen ich war wohl noch zu nah an die das schmeißt das schmeiße allein war dann schon weiter als ich vor dir war und dadurch hast du mich nicht mehr getroffen und warum treffe ich dich und ist trotzdem von jetzt wissen du hast mich gar nicht mehr getroffen klar klar nein ich bin jetzt wissen wir mal das ist eigentlich schon mit dazu das ist eigentlich ein bisschen so unbesiegbarkeit oder so ganz ganz gut du hältst immer nur an damit wir alle glauben was hat mich jetzt getroffen ja das frage ich mich auch mal an die da lag da lag eine banane da geht auch die kitabana da geht auch die kitabana nein nein maaaann hab ich mir ein bildschatz kaputt ich bin jetzt ein bisschen mal ein sachbescheid ich will schon mal bescheiden dann zeig ich es raus naja das mit ruhe enorm verwirrend hey das werden gute teile ich bin auf den ersten platz geschubst mit er mit seinem betrunken motor und seinem unbesiegbarkeitshakes oh mein gott das ist die hupen reihenfolge die ich immer mache bevor es startet ja 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 da gibt es bestimmt auch so ein konami muss die hupe so ein stück rhythmus drücken und hab es so unbesiegbar ja klar trifft mich der kugel willi und ich fall danach runter ah ja keine andere möglichkeit musste ja so kommen ja ja hast du schon mal gesagt dass ich das freitag wieder spielen kann bitte was ja ja hab schon gesagt hey erster mit einem großen vorsprung sehr schön so gehört sich das jawohl ich hab noch ein paar aufgeholt ich glaube ich bin nicht hey sie nimmts weiter und wo ist wohl die ja achter ja wunderbar ich hab einen punkt dazu bekommen auf dem vorletzten platz ja krass jetzt musst du nur noch weitere 8000 mal ein punkt bekommen und ach ich muss man kann ich jetzt einfach weihnachten sein für mich ist grad weihnachtsspiel wird erster hey du wirst doch immer erster gar nicht war die donut eben schon wieder nee aber das war ja gestern abend voll ärgerlich beim artig blechert da kam ein hupe blauer da kam endlich meine welt und dann fliege ich raus aus dem internet mann toll ja habe ich gemerkt habe auch ein bisschen gelacht kam endlich die donut ebene und dann ja konnte ich mich mal beweisen gegen einen anderen youtuber und dann sowas dann fliege ich raus du hast dich doch schon gegen einen anderen youtuber bewiesen ja ich war meiner gehen können stimmt oh es klingelt aber gegen heitig blechers war ich auch einmal erster gestern jetzt muss ich einmal noch mal hier bisschen dominanz zeigen kann ich sagen auf geht's genu jetzt ich zeig's euch nehme jetzt die abkürzung zack ja und direkt auf dem ersten platz ja viel weiter gehen auch noch die abkürzung so jetzt bin ich schon mal zwei ich bin schon mal vor euch jetzt holen mich einfach wieder zu zweit mit ihren packmotoren schummelautos haben genau sich der höher mit seinem schummelauto jetzt ist er still das ist einfach als ich das ist einfach irgendein patronmotor hast du nicht du musst halt gewissen wie man fahren muss ja ja wie man fahren muss jetzt sind kurven da kannst du nur auf eine Art und Weise wirken kurven kannst du auf drei Arten fahren vier sogar kann ich nicht ne geht geht noch nicht das ist gar nicht physikalisch ich glaube ich habe gerade keinen touch das ist gar alles klar interessant freut mich ich hätte so ein Feuerball getroffen wer ich hätte einen mittelistigen hirnneris geil und ich hätte gelacht sie nehmen nach gerne andere aus ja geil sechs pilze ey die bring ich rein auf boah die bring ich gar nicht okay an der pflanze machen wir jetzt auch nicht also mittelmäßig schnell die kleine schübe von der branneer platze bringen einen auch nicht weiter vor das stimmt ach 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 ich hab dich kurz überholt dann wurde ich direkt warum ohne witz ne die blue shell hat es wirklich auf mich abgesehen das ist kein die hat wirklich auf mich abgesehen wenn jemand sehen würde wie die manchmal als ob ich mich mit meiner eigenen green shell treffe das war glaube ich meine das kenn ich boah ja scheiß bombe wieder vor dem ziel ey nein bitteschön sie nehmen nein come on okay was ist passiert ich war die ganze Zeit erster dann kommt wieder so eine scheiß bombe und was hab ich nicht alles das ist so gemein ich hasse dieses spiel es ist mega seltsam der typ vor mir hat irgendwie minus 13 bekommen und ich nur minus 13 macht gar keinen Sinn weil du von den punkten her so niedrig bist im gegensatz zu uns allen da hast du eine ganz andere bewertung von den punkten her nett ich finde es auch nett von Mario Kart dass man je nachdem was man für punkte hat gegen welchen man spielt dass man da anders bewertet wird ist schon nett oh das danke für ihn danke für ihn oh gespiegelt auch ne nicht gespiegelt muss jetzt nicht sein oh ne ich hab die Welt ja so lange schon nicht mehr gespielt da ist gespiegelt auch nochmal welchen Möp denn das ist jetzt Wasserpark Wasserpark Weiß ich nicht Rosalinas Wasserpark Was heißt einfach nur Wasserpark Was heißt einfach nur Wasserpark Bausas Wasserpark Oh scheiße Das wär eher ein Lava Park Ja stimmt Wär auch ne Idee wär auch cool Wär auch ne Idee wär auch cool Oh und dann der Lava Lass mich Irgendwie überholen Ohne witz hier fährt jeder schneller Ich versteh das nicht Ja nehm anderes Auto Mann Ne er hat das selbe Auto wie ich das ist ja ein gutes Auto Richtig die Snipperpumpe Haha Ich wär auch grade mit Todette und mit dem richtung Auto Weil er das selbe Auto zu flöer hat Ich fahr einfach kacke Wir müssen uns nicht spinnen reden Ich fahr einfach kacke Eieieiei Ach nichte kacke Lass mich Oh da ist er nicht früher Weil der ist schon wieder in Welche Waffen Du schießt wieder zurück Der wird Der hat Der hat Zoffen Zine Emma Hab ich dich erwischt? Ja hast du Ich war aber grad überlegen War das deine Peach Oder war das ne andere Hier gibt's ja zwei oder drei glaube ich Ich fachs mich wie ein Zwölfter Entschuldigung Ja Hast du gut gemacht wir wirklich ganz toll Du Wir sehen uns noch gleich Ja Banane Ja Sehr wahrscheinlich Doppeltreffer Ich bin grad ein erster und hab nichts zum verteidigen Ist doch nicht das für Angst Ja Sehr schön Kino Rachel Ich bin ein Ich hab dir Ich hab dir Ich hab dir Ich hab dir Kino getroffen Ach ja bummerang auch noch Ja 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 Komm ich will Ja komm kurz Ich geh jetzt Ich hab dir Ich hab dir Zielen ne die Leute Ja weiß ich nicht Ja Ich hab dir Ja Ich hab dir Auf einmal beschleunigen die Eieieiei Zorn So danke fürs Mitspiel äh mitzugucken Das war Marika 8 Deluxe auf der Nintendo Switch Mit meinen Abonnenten mit dabei Ich hoffe es hat euch gefallen Es ist eine sehr lustige Runde auf jeden Fall Gebt einen Daumen hoch und ein Abo Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder Tschüss